Herzlich Willkommen zu einem neuen Video von RokortiLP und zwar bin ich jetzt mal wieder der Chris. Ihr wundert euch jetzt wahrscheinlich warum ich ein Minecraft Video mache und ihr seht schon im Hintergrund die Map laden. Es wird ein weiteres Minecraft 4vb Battle geben und zwar diesmal mit euch, nicht nur mit dem Team von Rokorti. Und das Ganze läuft so ab, ihr müsst euch einfach in der Videobeschreibung auf den Link gehen, den könnt ihr euch bewerben und da stehen eigentlich schon alle Infos, jedenfalls wird es diesmal, also das Ganze wird diesmal in Zweierteams ablaufen und ihr, ja, das war es eigentlich schon, es wird in Zweierteams ablaufen. Es wäre ganz cool, wenn ihr aufnehmen könnt dabei und das zu einer bestimmten Zeit freischalten könnt, also das heißt, dass es zum Beispiel um 16 Uhr freigeschaltet wird, alle Videos, also alle gleichzeitig so, das wäre ganz cool. Ja, also jedenfalls muss in jedem Team denn einer sein, der aufnehmen kann, weil sonst ist das ein bisschen scheiße, weil, ja, das ist halt einfach so und ja, ich weiß nicht, ob ich alles gesagt habe, jedenfalls in der Videobeschreibung steht die Bewerbung, wir suchen noch sieben Leute, falls ihr Bock habt, falls ihr irgendeinen Kumpel habt, mit dem ihr das spielen wollt, denn einfach bewerben, sieben Plätze sind noch frei, habe ich jetzt schon, glaube ich, öfters gesagt und ja, ich würde sagen, bis denn. Ach ja, was ich vergessen habe, wann das Ganze stattfindet, hängt je nachdem davon ab, wann oder wie viel sich jetzt hier so schnell bewerben. Es kann ja sein, dass sich überhaupt keiner bewirbt und das Ganze denn gar nicht stattfindet. Ich würde sagen, ich mache dann einfach noch ein Infovideo und das war es denn auch schon. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, wahrscheinlich in Pokémon werden wir uns wiedersehen oder hier im Minecraft Battle. Bis zum nächsten Mal, ciao Leute.